es gibt es ja geil es ist immer noch nicht gut genug leckt mich leute nach hause so das geht so wird immer da jetzt muss ich runter noch auf fünf salpieren 7 deshalb hier bin ich bei sieben aber dann muss ja noch zwei runde naja ich bin sicher sechs reicht auch stehen wir auf 23 forscher ein damit die beziehung noch mal verbessern kann ich brauche plus hier mal so ja gut ist dann halt maximal stärke können sie auf 2 oder watma wenn ich ich habe 14 5 5 bei 11 und dann teile ich durch zwei ich weiß nicht was er macht wenn er welche wieder rundet jungen verbessern definitiv beziehungen verbessern weil es muss sie nun b plus werden das reicht ja bestimmt auch dann du machst immer noch den scheiß ja das machst du mal nicht mehr gut das hier geld von uns punkte kostet und von punkte geld kosten unternehmen was habe ich denn noch so am start hautausschlag das läuft sehr sehr gut mein hautausschlag ich habe noch gar nicht oder oder habe ich bisher nicht da warzen perfekt importiere er mir warzen ich habe auch keine warzen oder habe ich warzen definitiv warzen warzen die neue mode für frauen ja also warzen bei frauen können als verhütungsmittel dienen habe ich gehört 16 ich könnte erst verdoppeln und halbieren aber erst verdoppeln und halbieren ich glaube da komme ich auch nicht auf also sind wir bei 16 dann muss ich drunter und dann kann ich muss ja nicht das muss er jetzt wirtschaftlich nicht mehr halt dänemark ne dänemark für die von russland überrannt da mache ich keine beziehungen verbessern eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn stellen wir noch ein paar forscher ein wir haben doch die kohlen wir haben doch die kohlen die sagen wieso kein schmerzmittel auch dies sollten wir mal korrigieren so schmerzen schmerzen maximale stärke bei neun das ist natürlich auch maximale stärke bei neun das ist nicht so gut ich brauche b kandidaten was passiert wenn ich warzen noch mal verbessere so was werden denn warzen ach so verhütungsmittel für frauen richtig 1 bis 6er bereich noch nicht verdoppeln wir mal wieder es ist völlig richtig toten kopf jetzt wirklich richtig das wird mit dänemark passieren wir haben halt einfach keine chance gegen russland und peter will irgendwie die inkas da in südamerika spielen das heißt wir jetzt sehr viel spaß mit spanien und portugal haben und untergehen hoffentlich wenn nicht habe ich möglicherweise ein problem am ja scheiße gut wenn er scheitert darf er halt dann russland weiterspielen oder so das passt dann schon wenn er mitspielt was macht ihr aus euren warzen das dauert mir zu lang sollte ich sofort erfolg haben oder nein es ist 100 prozent jetzt soll ich mal verkaufen neu kaufen vielleicht funktioniert das dann richtig erzähl das nicht für alte maschinen ich weiß nicht so genau der ist natürlich nicht mehr da danke für gar nichts spielen ich kann natürlich auch ein 3er noch rein stopfen das ding das maximum für ein 3 9 bis 13 bereich aber dann brauche ich halt noch ein 3er drin ja der ist auch noch an der falschen position dann die erste 2 optimalstärke ist ich kaufe einfach mal 9 kostet nichts nicht entfernt war ja geil 4 4 auf welcher position ist der? 1 und 2 muss mal kurz pausieren ich habe auch nicht mehr so viel zeit da 1 und 2 warte mal ich könnte es mit einer die Beziehung überschreiben ich könnte es damit einfach überschreiben das ist vier das geht dann nicht so dass auf man kann sich auch nicht entfernen dreck scheiße 2 bis 10 2 bis 10 2 bis 10 9 bis 13 dann machen wir doch einfach anders dann schütteln wir den kack mal und mixen den kack danach wo bin ich denn da oben steige 12 ich muss dann nochmal 6 hoch und dann was kann ich denn dann damit machen nochmal agglomerieren da kann ich es nicht legen es wird jetzt ein bisschen knifflig das muss ja noch weg bekommen bekämpft lebererkrankung ok ich muss die lebererkrankung das schlafmittel mal einstellen das richtige vielleicht gehe ich jetzt erstmal kurz suchen und stelle mal ein was ist denn das für eine das ist der teuer blutdruck habe ich doch nicht auch schon mal ersetzt nee nee ja wobei die werfen die werfen relativ wenig gewinnen auch noch ab die Zeit habe ich noch zwei Jahre verbleibend ärgerlich mhm wieso ist denn warzen so teuer nee gicht ist dann soll ich ach weil ich nicht scheiße so viel damit machen ne ja da haben wir mindestens 16 punkte nochmal Schlafmittel können wir das leisten Schlafmittel weg P Stadium sind mit 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 berücksichtigen noch nicht dass das irgendwas also eher selbst immer noch der herumher kann das glaube ich nichts sein wollte ich das andere schon wird bezahlen hab. Das ist das. Das ist definitiv. Oder warte mal, hab ich da noch ein Schlafmittel? Hab ich das mal irgendwann ersetzt? Ne, ne. Dann, was ist das jetzt? Konstellation aus Iroxin, warum das ist? Konstellation aus Iroxin, muss man das scheiß Zeug. Ah, Iroxin. Der Weg Dänemarks? Ja, ich glaube, das ist relativ akkurat. Könntest eventuell mit Polen, Litauen und Russland Probleme bekommen. So, und was war das andere? Das war jetzt das Schlafmittel. Das andere war... Das ist mir noch nicht. Guck mal, das muss auch weg. Lootdruck senkend. Ne, das ist nicht das richtige Blut. Das ist nicht das Blutdruck senkend, das ich suche. Das ist das Blutdruck senkend, das ich suche. Und du bist das schlechte Leberding? Oh ja, du bist das schlechte Leberding. So war ich auch da war ich. Stellen wir den Scheiß da mal kurz ein. Ja, viel Spaß. Ich... Ja, schwer so später, denn ich will, glaube ich, auch nach der Mission dann mal Schluss machen. Zeit vergeht. So, jetzt durch den Kondensator... Moment. Ah, nein! Das ist falsch eingestellt. Ich merke das natürlich auch überhaupt nicht, weil ich... ...ich natürlich völlig verblindet bin. Und verblödet. Das kommt noch schlörend hinzu. Äh, da weiß ich schon die optimal Position, ja. Und das andere, was ich eingestellt habe... Okay, die optimal wäre auch schon. Da habe ich die, glaube ich, sogar schon irgendwo... Gut, dann nehme mal das da weg, bevor es noch mehr Geld kostet. Sonst... Ich baue es mal da hin. Hm... 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 So, mehr Beziehung verbessern geht nicht mehr. Aber ich habe neue... So, muss ich noch irgendwas erforschen? Ne, ich mache mal noch mehr Punkte lieber wieder. Nein, Wirkstoffe. Das ist eine gute Idee. Gehen wir noch mal Wirkstoffe suchen. 4 und 5. Maximaler Steiger bei 15. Das ist nicht entfernbar. Das heißt, ich muss noch mal um 3 nach oben. Ähm... Aha... Warum rennt? Perfekt, ne nicht wirklich, aber wo ist denn mein, da, wo sind meine ganzen Baustellen 9 bis 3, 9 müsste ich da, Autoklar, Verhalbierung, ich 3 runter mach 7 bis 9 Ja, das ist grad nicht verfügbar, ähm, also ich das 3 runter mach Über 17, halbieren, bin mir nicht sicher, wo ich dann bin Ähm, jetzt auch mal voller hier Autoklar, guck mal, wo wir ankommen Eckstoffe 13, ah, kann man halt nicht entfernen, das ist ärgerlich Jetzt glaube ich es nicht daher genommen, weil ich dumm bin, das tritts glaube ich ganz gut Ähm, bin ich bei 8 tatsächlich Muss ich jetzt noch einmal erhöhen, bin ich bei 9 Kann ich da noch was rumstehen, das ich nicht mehr brauche, noch irgendwo Und dann, Walbe 普通che 5 7 7 9 10 11 15 13